Endlich sehen wir das Ergebnis. Ihr wisst ja, dass ich Flyhouse-T-Shirts für die WG mache. Und nach langem Warten habe ich jetzt endlich die T-Shirts ausgewaschen. Ich war zu dem Zeitpunkt echt richtig gespannt auf das Ergebnis, weil ich diesmal ein bisschen andere Technik benutzt habe als letztes Mal. Zum Glück konnte mir Felix auch noch beim Filmen helfen. Und auch er war gespannt auf das Ergebnis. Ich habe erstmal alles ausgewaschen und dann die Gummis rausgetan. Die Gummis haben zum Glück gut gehalten und ich habe dann alles ausgedrückt. Und hier ist das Ergebnis von jedem einzelnen T-Shirt. Schreibt mal in die Kommentare, welches euch am besten gefällt. Ich muss jetzt nur noch das Flyhouse-Logo draufmalen. Und ich glaube Felix haben die T-Shirts auch gefallen.